Hallo zusammen, begrüßt euch zum nächsten Trailer am 13.12.2020. Ja, hat der Lockdown, Demoralisierung einen tollen Flyer zum Ausdrucken, Manipulation von Apothekern und Ärzten im Hinblick auf das Befürworten und Anhimmeln der Impfung. Und einiges mehr könnt ihr euch gerne anschauen, anhören bei VK, bei Bitchute, die sich den Trailer bei Wake News TV aufrufen, den entsprechenden Link kopieren, in die Browserzeile einfügen, ab damit und dann sehen wir und hören wir uns hoffentlich gleich wieder. Tschüss!